Hallo und herzlich willkommen in Hinterstoder bei Intersport Parkleitner. Wir befinden uns hier im Skiverleih, wo auch meine Haupttätigkeit ist. Wir in Hinterstoder haben sehr, sehr viele Gäste aus verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel England, Dänemark, Holland, Belgien und auch die Ostländer sind stark vertreten, wie auch Slowenien, Slowakei, Tschechien, die wir natürlich mit gutem Skimaterial ausrüsten müssen. Und das ist auch unsere Haupttätigkeit, dass wir denen ein wirklich gutes Material geben, mit dem sie die ganze Woche zufrieden sind und vor allem dann hoffentlich auch wiederkommen. Mein Werdegang war, ich habe sieben Jahre lang das Gymnasium besucht, habe ein Jahr vor der Matura die Schule geschmissen, weil sich das aufgrund der Zeit mit meinem Sport nicht mehr ausgegangen ist und habe dann einen Job gesucht, wo ich eben die sportliche auch verbinden kann mit der Arbeit. Und da ist eben dann die Intersport sehr, sehr gut, weil man da eben tolle Ausbildungsmöglichkeiten hat und nebenbei auch seine Lieblingssporten ausüben kann. Das Schönste an meinem Beruf bei Intersport ist, dass man immer das beste und neueste Material und Equipment zur Hand hat und vor allem kann man das Ganze auch selber ausprobieren und testen.